Mal schauen. Oh, jetzt sind die 22k Spieler wieder zurück. Okay, ich hab Angst. Ach, du wär großzügig gerundet, Luis. Ah ja, komm auf. Hey, 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 hey. In der Tat. Kann ich halt auch fangen. Kann ich mal einen Fastboost da vorne machen? Fastboost? Molly. Merkt ihr, dass ich mich da gesehen habe. Ja, okay, okay. Ich sehe gar keine Ahnung. Ich sehe gar keine Ahnung. Okay, komm Molly hin. It's close, it's close, it's close. Ich glaube, es wird weh, ey. Werner, werner. Aber hinter, hinter das Holz. Was ist denn da drin? Unground. Nicht, ich seh mal, wo ich soll. Ich seh den da nicht. Was ist denn hier? Der schieß doch. Der schieß doch. Nein, 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 nein. Ich seh den, Christoph. Hast du meinen Spray gesehen? Ja. So, was muss ich da anders denn machen? Wo muss ich da hingehen? Ich weiß nicht. Ich hab's so langfristig gesehen. Da war ja im Zweifel gar nicht ein Spray. Da brauchst du irgendwie viel angucken. So genau hab ich das hier analysiert. Nein, nein, Luis mach genauso weiter. Dann hab ich mehr Content. I got you, Homie. Able Dengen, da bist du mal. Alles? Ich hab keine Ahnung, was es war. Moin. Hat man mit der Oben. Glaubt nicht wirklich. Ah, smoke. Was smokest du, David? Nix. Was smokest du, David? Wahrscheinlich wieder smoke. Nix. Noch einer, noch einer. Letzter auch da. Letzter auch da. Stay live. Was smokest du, David? Nix. Das ist David smoke. Das ist David smoke. Das ist David smoke. Überall machen, David. Er kann überall sein, er kann überall sein. David smoke. Naja, es geht schon. Oh, geil. Das ist zwei. Kann die auch ne Awe jemand haben? Ja, das liegt an der Awe hier. Ich hab tatsächlich einen Zorn, glaub ich. Ich... Ich nimm sie einfach mal. Ich hab' den Kick in die Mitte. Twelve seconds later. Oh, und er hat natürlich den besseren Spawn. Play of the game. Auerte an der aja ... んig. Verräter, bei Bienen. Interessant ist die Zeit und Blase vor. Die habe ich voll verlaufen! St Der ist 하나. Luau, wie habe ich ihn gekillt? ich musste noch kurz abgestoßen hat Die haben BASICALLY KEIN GELD Wollen wir nochmal einen Rush spielen? Weil die haben BASICALLY KEIN GELD Später schon, was? Ja F***, BASICALLY F*** ッ WELL A NICE A NICE BASIC NICE NICE OH MY GOSH mein kontakt so ich ich stehe drinnen die gekocht happy lang die gasen lang und auf einmal fett und gray fährt oben und scheiß uhd auf mich drauf und springt mich an und ich fliege auf den hundern fbi open up warte warte sorry mit da rein gepeak die scouten nee das kohle ich hatte nicht warte ja so geil diese runde 86 4 1 9 4 7 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 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 6 6 7 Der hat schon im Flut kassiert. Hat er eine Flash? Nee, ne? Warte, warte. 3, 2, 1, los! Nimm die Waffen, komm zurück! Ich hab ne Awe! Ich hab ne Awe! Nein, ich hab verschossen mit einem! Oh Gott! Hast du mir einfach mit CT weg oder so? Oh, was ist das? Hau ran! Hallo da! Das ist nein. Er ist da und mit einem Messer in der Hand! Er steht einfach mit einem Messer in der Hand! Oh, not like this! Ich kann nicht trocken, ich kann nicht trocken! Ich kann einfach mal erschießen! Ich kann einfach mal erschießen, Mann! Ja, das war das Missplay! Du musst jetzt nicht drauf reingefallen, Mann! Es ist nur ein Spiel! Warum musst du dich schuldig sein?